Servus beieinander und herzlich willkommen zu einer neuen Multiplayer-Folge in Forza Horizon 5. Wie ihr seht, wir stehen am Strand und spielen heute Whirlspin. Und mit dabei sind Alpine, Gecko, Beta-Effekt, Exit, Lettney, Panic, Perückegolf und Spadboy. Hallo an euch. Hallo. Wir drehen wieder am Rad und haben heute fünf Spins. Und ich würde sagen, wir fucken überhaupt nicht lange, sondern drehen unsere Spins. Ja, du hast noch vergessen das Wichtigste. Es ist eine Crash-Edition heute. Ja, das hätten wir auch noch nachher dazu sagen können, aber... Wie ihr hört, es ist eine Crash-Edition. Oh, fängt gut an. Viel Glück, sei mir, Holt. Was für ein Blow-Eye-Objekt? Ich musste in der Tabelle gucken. Du hast noch Objekte? Ja. Dann drehst du zu spitz, zu wenig Whirlspin. Mhm. Also bis jetzt bin ich nicht ganz zufrieden, aber ihr könnt schon nochmal... Ja. Wollte gerade sagen, könnt nochmal ein großer kommen. Ich bin jetzt auf Wurde 10, ne? Ja, bis... Ja. Ähm... Das Auto muss man nehmen, oder? Wie war das? Ja, es sei denn, dass es verboten ist. Hm? Es sei denn, dass... Das teuerste Auto... Nehmen, das nicht verboten ist. Okay. Also ich bin mit meinem Whirlspin-Budget vollkommen zufrieden heute. Aber ich würde sagen, wir machen kurz einen Cut und dann gehen wir zum Auto aufbauen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, mit dem Budget könnten wir eigentlich da drauf gehen, dass wir uns einen Träck tollen nehmen. Muss man nur aufpassen, dass wir kein Verbotenes erwischen. So, und das sortieren wir jetzt nach L. Okay, so viel Geld habe ich leider nicht. Ich habe nur 215.000. Ah, der ist leider verboten. Genau aus dem Grund, weil... Einfach zu günstig. Die Viper... Ist nicht verboten. Er ist zu teuer. Zu teuer, auch zu teuer. Ich glaube, ich frage heute eine Viper. Die hätte ich noch 65.000. Und da kriegen wir genug für umgebaut. Design suche ich gleich ohne euch raus. Das soll ja eine Überraschung bleiben. Obwohl, ihr habt es eh schon auf dem Thumbnail gesehen. So, und bevor ich es wieder vergesse... Heirat... Heirat... Und ich würde mal sagen, reifentechnisch... Ich weiß noch nicht, ob ich überhaupt... eine andere Macher... Nehmen wir... Nehmen wir... Semi-Slicks. Und da sind die meisten Sachen schon mal eingebaut. Es gibt ein Auto, wo man keine Forza Aero anbringen kann. Sehr gemein. Ganz wichtig, die Gewichtsreduzierung. Stubbies... Eigentlich noch Offroad-Fahrwerk, das nehmen wir auch noch mit. Und den Rest können wir eigentlich in Leistung holen. Warte, brauchen wir noch einen Turbo. Turbo ist günstig und bringt viel Leistung. Den nehmen wir auch noch mit. Dann nehmen wir natürlich auch die großen Turbo. Los... Ich bin gerade am überlegen, wäre es vielleicht praktischer... noch ein Motorsfunk zu machen. Das würde passen. Was hätten wir denn da im Angebot? B12 Racing. Aber der kostet schon 50. Der kostet auch 50. Ne, dann können wir uns das nicht leisten, dann Platz dabei. Dann haben wir leider nur 1.123 PS. 1.341 Kilo. Ich glaube, damit kommen wir gut zurecht. Ich würde sagen, ich mache jetzt nochmal die Feineinstellung, suche ein Design raus und dann sehen wir uns gleich wieder. Und da sind wir wieder. Und alle haben ihre Autos getunt. Und wir fangen mal bei der grün-weiß-schwarzen... bei der Viper an. Du hast das Rot in der Lackierung vergessen. Ja, da du im Foto-Modus bist, konnte ich das Rot nicht identifizieren. Aber bist du nicht im Foto-Modus? Nein, ich bin im Drohnen-Modus. Dann komme ich wieder raus für dich. Verlasse ich den Foto-Modus für dich. Es ist sehr lieb von dir. Mich hat nur dieser Sandsturm hier genervt. Deswegen bin ich im Foto-Modus. Aber ist ja auch egal. Ja, ist eine Dodge Viper ACR von 2016. Ich habe 215 gezogen. Für 150 dieses wunderschöne Auto gekauft und für 65.000 umgebaut. Und wenn ich richtig gerechnet habe, habe ich damit mein Budget ausgeschöpft. Also letztendlich waren noch ein paar Euro übrig, aber die habe ich als Spenden hinterlassen. Dann hoffen wir, dass du richtig gerechnet hast. Da gebe ich dir recht. Sonst gibt es nie Setter. Dann machen wir eine extra Folge alle Setter. Genau. Peter, erzähl uns was. Ich habe einen Ford RS200 Evolution für 260k gekauft und für 80.000 getunt bei einem Budget von 350.000. Schön finde ich das Halo-Kitty-Design. Das ist keine Halo-Kitty, das ist eine Bongo-Cat. Was? Ich komme dir gleich rüber und trommel dir auf dein Auto rum, Mann. Gut, bevor wir zu viel Zeit verlieren, Letton, erzähl uns was. Was hast du gezogen und was hast du dir aufgebaut? Ich habe 165.000 gezogen und den Audi RS7. und für 118.000 getunt und das ist ein Vorlaufbau. Wörtlich. Der inmäßige Allrad, ja. Ja, war schon drin. Mhm. Fennig? Ich habe eine 94.000 Baginetta gezogen, zusammen mit 205.000 zum Tunen. Wurde dann mein Glück nicht noch herausfordern und auf drei Spins gehen, sondern habe einen Vorlaufbau gemacht. Blieben aber halt noch fast 80.000 übrig, aber darf er ziemlich sein. Ja, da hat die Lackierung sicherlich einiges gekostet. Verrückte Golf. Ich habe einen Bio-GSX gezogen. Der hat genauso viel PS, wie er wiegt. Und mal gucken, ob er nicht noch andere Sachen kann, außer geradeaus fahren. Auf jeden Fall kann er viel geradeaus fahren, habe ich so das Gefühl. Ja, ich selber habe den wundervollen, schönen BMW Z4M gezogen. Dazu 97.500 Tuning-Budget, habe aus dem, was da war, einen Vorlaufbau gemacht, obwohl es, glaube ich, nicht so ganz viel Leistung gereicht hat oder für Fahrbarkeit. Wir werden sehen. Exit? Ja, viel zu viel Geld. Ja, es ging los. Diabolo SV. Dann kam ein FX6K, welcher verboten ist mit 1,3 Millionen. Dann kam noch ein bisschen Geld zu so und diese 488er Piste. Geld habe ich gar nicht mehr zusammengezählt. Ich habe einfach gegeben. Ich durfte ja keinen Vorlaufbau machen, weil hybride, also umweltaktive Autos wurden hier verboten. Mobbing. Und bin also irgendwo dort drunter geblieben und dann ist es ein Vorlaufbau und auf Rot. Und dann habe ich den Arm, der sich nur seine publische Weiber gönnen kann, der wird es in die Lackierung machen lassen. Ja, die schönste Lackierung überhaupt. Ich glaube, das war die erste Lackierung, die ich damals in Forza Horizon 5 gemacht habe. Er ist sogar gelungen, sich zu geben. Er ist sofort gegangen. Wieder Triebwerk drauf? Nein. Nein. Das war noch ohne Schleichwerbung. Das war noch ohne, in der Zeit, wo ich noch keinen Werbepartner hatte. Ja. Ja, und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der ersten Veranstaltung, beziehungsweise am Anfang gibt es ja immer, wie gehabt ist, Drag Race. Da sind wir im Drag Race und ein AirDest 200 hat wohl auf Gelände aufgebaut? Ja. 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 Also ich würde mal sagen, die Ero hat mir hinterher den Kopf gekostet. Ja, da habe ich mal mit den Forza Göttern gesprochen und habe gesagt, die Schwachen bitte in ein anderes Team. Ja, das mit den Schwachen werden wir jetzt erstmal sehen. Dafür sind wir mehr. Ja, das mit den Schwachen werden wir jetzt erstmal sehen. Dafür sind wir mehr. Dafür sind wir mehr. Ja. Ja, man kann natürlich auch jetzt versuchen, das andere Team abzuräumen. Wäre, glaube ich, auch legitim. Wird da hinten auch schon gemacht. Ahm, in die Wand. Ja, mein Spalter verloren. Oh no. Wie ist denn Bewick eigentlich los? Oh, 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 sorry, sorry. Alles gut, Lettny. Auf geht's. Ja, und was ich eben meinte, da hat mir die Ero den Kopf gekostet. Das sehen wir jetzt in den Kurven. Die ist nämlich voll auf Kurve gestellt, nur an der Vorderachse. Ist so ein bisschen runtergenommen, damit er einen lenkt. Au. Wand. Das ist in der Crash-Tedition, ja, perfekt. Solange ich nur Panic überholt, ist alles gut. Ja, aber darfst du dich schon mal schämen, wenn du dich behaupten. Wieso? Ein Tag ist eins. Exit, wir sind in einem Team. Ich spür's. Komm, ich muss den Baum vermeiden. Achso, okay. Du, ich hab'n LI von 903, also das ist nicht so weit. Weiß niemand, weiß niemand. Also bis jetzt läuft's. Ich hab Hellokitty die Krallen gestatscht. Ich hab' die Bremsen ausgebaut, um die Leistung hinzu. Vor allen Dingen guckt mal, was ihr jetzt an Schaden habt dadurch. 20% Motor. 28. Und immer noch keine Kurven, die er kriegt. Ja, lass mich ja nicht vorbeigelassen. Spoiler verloren. Exit. Ja, der hat ja irgendwie behauptet, wir wären in dem Team. Das hab' ich mal zurückgezogen. Hat mich irgendwie... Hattest du doch Skrupel, ja? Ja. Ja. Deswegen, ja. Also Beta und ich fangen so ein eigenes Rennen hier. Und der Rest ist uns eigentlich egal. Ja. Und wenn ihr euch fragt warum, ja die beiden haben genau den gleichen LI. Und damit fangen wir jetzt ins Rennen und... Hier kommt jetzt die Querstätte schon, glaub ich, ein bisschen mehr zum Tragen. Definitiv, ja. Mit dem Sprung, oder? Beim Sprüngen kannst du ja fast schon überlegen, ob du nicht einfach langsam drüber fährst. Ah, das ist ja gar nicht lustig. Weiß gar nicht was ihr habt, 0% Schaden gerade gemacht. Ja, 3,2. Ja, ihr seid zu langsam. Was soll das heißen? Ich bin vor dir, du Banner aus. Wieder so Platz 2. Denke, das liegt eher am Fahrrad. Und ein Kug. Tschüss. Brücke. Jetzt noch das Gegner-Team, oder? Ohohohohohoho. Ohohohohoh. Da ballert er mich voll weg und schiebt mich gegen nem Baum. Ja so ist er, der Brücke. Also Modus 0. Wir sind ja auch bei TVR, oder? Ja ich meine es ist ja richtig, wir haben ja gesagt es ist erlaubt, aber. Das hätte ich nicht von dir gedacht Brücke. Hehehehehe Also ich würd auch sagen, der V88-Pista ist auch verboten, er ist viel zu schnell im Offroad. ja mit den reifen natürlich das was zu dürfen also so gut ich habe auch geländerte also die 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 grobsteuerlichen dinge ja natürlich überlegt ob ich die mit der reifen drauf machen schubst du mich raus ich weiß gar nicht wir sind ja im gleichen team was machen wir endlich das hört sich richtig böse an ich habe mir gerade für irgendwas drauf gefahren das bremste mich übel ist das hat ich befürchtet ich schiebe dich an ich schiebe dich an damit du bleibst okay na gut sei dir erlaubt die gönnt und wird sich hier aber nicht in den sieg ist gut geholt wo warst du ich wurde gegen den baum geschoben das hätte ich wenigstens beim baum entschuldigt wenn ich ihn wirklich am baum fahren während der scheiß kurve einfach besser fahren ne ja genau ja vor allem panik und ich fahren unser eigenes renn exe das für nicht gewonnen ich habe beta noch ein bisschen über die ziellinie geschubst wird immer schon wieder sprit ausgewiesen und eben zwischen den katz hat beta den zufällsgenerator angefläht bitte mehr querfeld ein und offroad genau das hat er wohl gehört schaden haben ja 6,8 motor perfekt ein prozent 12,7 verdient wo bist du vor dir zu weit ich glaube ich habe mit diesen schaden mehr leistung wie du du musst doch auf die schlafzelle bringen ich habe 38 motor aber wahrscheinlich immer noch mehr leistung als als die kleinen autos wie viel leistung hast du denn 1100 irgendwas ps und jetzt noch ja 38 prozent weniger dann ne ja guck da einfach rein wie viel ps auf die straße links ne der müsste hier umschalten oh no also ich bin noch bei 650 ps ich habe 700 verloren ich muss immer noch mal hin ich habe es mehr in alohan als ich überhaupt da habe da ist ein bildes exit hinter mir noch mal 100 ps weniger 40 prozent 56 falls das rote interessiert wir wollen schon gewinnen ne ja ich glaube ich lese dir nicht so aus als meldet ihr das aua mal weg ok aber perücke willst du nicht zu deinem team aber hat rot eigentlich immer vier spieler na rot hat schon zweimal gewonnen ja aber rot hat immer vier spieler ja wieso hat rot schon zweimal gewonnen einmal hat doch auch blau gewonnen nein hat nicht blau auch mal gewonnen nein schön gegen die unsichtbare wand in der luft gesprungen so passt du auf doch erste runde hä ok das war drag race zählt nicht nee danach klar war ich und exit vorne und weil aber welchen team wart ihr? ja blau rot würde ich mal sagen nee blau weil der veranstalter immer im blauen team ist aber nur weil ihr vorne wart heißt das nicht dass ihr gewonnen habt ja und da geht es in die runde und jetzt geht es dem vulkan runter dass ich sag mal so runter kommen wir auf jeden Fall wie ist so die Frage wie viele wände küsst du da in dieser sprecke und dauert das eigentlich so lange bis die gegner entghostet werden und warum nehme ich dann stein mit wenn ich entghostet bin wenn du drum gebettelt hast wenn du drum gebettelt hast wenn du drum gebettelt hast das war vor mir wer ist der ökofiobar der bäume sammelt der bäume sammelt der bäume sammelt der bäume sammelt der bäume der bäume sammelt der bäume sammelt dann macht man mal was für sein Team dann heißt es auch das brauchst du auch nicht machen komm nicht zu dir fahrt mich sauber dann vorbei warum wenn du schon mehr Leistung hast hab ich doch gar nicht gegnerisches Team muss doch ui ja komm mal hin ah nee also ich glaube wer jetzt einen Mittelmotor hat der hat der hat sowieso gute karte oder naja der 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 S200 ist schon in absolutem absolutem Markt ja war er in FA4 schon? ist er hier noch? im FA4 war es in hwnn hm im FA4 war es das hwnn Ja, aber ist doch der gleiche Nee Unigen, er ist 200 Nee, das ist kein Vorteil Nein, das ist kein Vorteil Man muss den Gegner doch so ein bisschen malträtieren Das war jetzt nicht absolut Ich hab ein Checkpoint verpasst Ich bin echt echt Ja, wenn du das grad gesehen hättest Ständig an meinem Heck hier In die Mauer Ja, so ein bisschen schubsen Die ganze Zeit, ne? Hast du gesehen, was Perücke mit mir gemacht hat? Du hast keine Beweise Doch, ich hab ne Videoaufnahme Perücke Und dann hast du das an Panic aus Das sah einfach hier an Perücke aus Wird grad sagen Der kriegt der nicht Vielleicht hab ich sowieso Weniger leisten Oh Jetzt mach ich nur auf die Schwachen Frontflip, Seitenflip Genau, ich kann nur auf die Schwachen gehen Gibt doch hier Exit vorbei, ja? Wenn du's davor schaffst Und, und, und Nicht-DNF Hui Ja, auch nice Ja, ich bin auch Oh, nur Raniers-DNF Das stärkste Auto im Feld Unbedingt Ja, im Dirt vielleicht halt nicht so stärkste Es liegt am Fahrer So, und damit steht's jetzt Zwei zu zwei, ne? Oh Ja Wow Also die Reaktion bleibt sowas von drin Ja Begeisterung scheint sich in Grenzen zu halten Äh Äh Ach was Aufzeichen nicht Auto Exit, komm, wir fahren zusammen Das hast du doch absichtlich eingestellt, oder? Das war der Zufallsgenerator Ja, klar Wen muss man töten, um dann wieder loszuwerden? Wer hat den programmiert? Den Zufallsgenerator? Den hat Exit programmiert Wo bleibst du denn im Panic? Gerade auf Straße hast du so viel Furcht? Bist du so viel besser? Ah, René Es war eng Pfosten hält auf, ne? Was? Pfosten hält auf Wieso Pfosten? Ne, du hast gerade deinen Pfosten gerannt Ne Doch, Laternenmast Ne Doch Bei mir schon Und der dreht sich ein Oh, der ist immer Oh Sorry Metsu Ah, das ist gut Wölf, verrückt, jetzt bist du ja in meinem Team Check point Nicht dass ich dich, nicht trotzdem abschieffen kann hahaha Wölf, du schubst den Mann Ja, dass ich almighty find Oh Nein! Das ist doch halt n amerikanischer Raudi Die Başk undergo気hscht, dass René nach hinten kommt Ne, du musst das Gegnerteam schubsen Hohohohohohohohoho! Scheiße Wenn du's langsam nach vorne reist, ist es ok Jetzt hab ik nen Baum mitgenommen Wie bitte? Wir schauen deine Reifen aus. Du, Forts. Quats. Vom Prozentsatz. Ich sag das mal Perücke. Der hat so viel Leistung, oder? Wie war das? Ne, weil die Obrot-Reifen aufs Asphalt gehen schnell kaputt. 9,2 und auf Hinterachse. 8,4 und auf Unterachse. 6. Jetzt? Sorry, Panic. Ich hab 6. Achso. Diese Kurvenlage geht so. Ja. Zeit genug, ein Stückchen weg. Nein, ist alles gut. Solange ich weit genug bin, weg bin von Perücke, ist alles okay. Aber es könnte übel gehen, ich hab schon 12. Auf der Hinterachse jetzt. Was? 12% bei 12. Bei 17. Entschuldigung, aber das kann doch kein Zufall mehr sein, dass wir in der Crash Edition hier mit Schaden anfahren. Da hat jemand an der Uhr gedreht. Ja. In der Crash Edition ist ja auch, also ist doch klar, dass wir da schaden. In der Crash Edition mit Schaden, das ist echt verrückt, ja. Ja. Ja, und dass wir dann auch noch einen Kolossus fahren, wo wir uns alle die Reifen zerschießen. Du kannst gegen die Wand fahren. Was hab ich dann davon? Ja, dafür bleiben deine Reifen halt. Also ich schaff's unter 100% zu bleiben. 10% bei 22. Mit 17,4 hinten bei 24. Mit 17,4 hinten bei 24. Mit 17,4 hinten bei 24. Man sieht schon so schwarze Streifen auf der Straße. Wo Exit vorbei gefahren ist. Sie werden immer schon folgen. Den schwarzen Streifen. Ja, aber bitte. Also Kürbungen sieht bei denen immer noch schlecht aus, ne? Mit dem Auto, oder allgemein? Mit dem Auto, meinte ich jetzt auch nicht. Oh, das war die Wand. Der zieht auch dann aber ganz schlachartig weg. Der hat die Nase gekitzelt. Auf die Geraden ziehst du immer weg, ne? Prioritäten. Ob bei der Regen eventuell für die Haltbarkeit der Reifen ein bisschen hilft? Ja. Einfach was hier auf die Geraden. Weiß nicht, ob ich es nochmal schaffe, euch wieder eins zu holen. Ja, ich hab gar nicht. Ich bin noch lebendig, das Rücken. Ich spielte heute kein ACC. Ja, aber den nicht geht bei mir im Wegfest. Achso. Ja, genau, ich leg mich los. Perfekt in Guarnacato. Hast du den Kürtelbeweg? Ja. Äh. 70 Meter und Schuss, Leute. Ja, hast du gerückt, der hat auch gerade sich verschlagen. Aber da kommt doch noch mehr, was? 17 Prozent. Hm? Also Daniel, du hast noch Chancen. Ich bin nicht, kommst du endlich mal froh mit deiner Weiber. Ja, die hat ein bisschen Mut durch die Hand bekommen. Das sollte doch egal sein mit dem Monster. Aber ich panic ein bisschen ausbremsen. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Du bist auf die kleinen, ne? Nein, nein. Nein, nein. Du musst den Exit ausbremsen. Ja, die Türte mir weg. Ja, klar. Weil die Kürfen anbremsen. Weil die Kürfen anbremsen. Oh, die Reifen werden langsam eklig. Auch die Reifen werden langsam eklig. Ich fahre mit 70 Meter durch die Gegend. Du brauchst die ja nicht essen. 30,7 auf der Hinterachse bei 42 Prozent. 30? Ja. 20? Ich bin noch bei 23. Ich bin bei 28. Wobei bei mir vorne schlimmer ist als hinten. Ich habe 100 Prozent auf hinterer Art, trotz Allrad. Dann gib mir doch bitte einfach nur eine Gerade. Nee. Dann geht ja gut. Ja, der Bessere von Cross ist ja nicht gut. Hätte ja auch Marathon sein können. Das wäre auch spannend geworden. Interessant. Das wäre sehr spannend geworden. René, schreib's auf. Nächstes Mal. Colossus. Oh, ja. Da fahren wir gerade. Und. Titan. Nein, Marathon. Marathon. Wegen dem Verkehr. Titan hält auch gar kein Auto aus. Außer wir machen eine Offroad. Und dann noch den Groundlet. Ach, das war als heute nicht. Oh. 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 Das sind die O sagen, das heißt vorkommen. 44 Motor. Das ist das beste Auto. Ja, aber 44 Motor Schaden. Ist mir das scheißegal gewesen. Was ist denn sowas? Mir ist gerade das Heck weggegangen. Nein. Dafür muss er jetzt erstmal mich aufholen. Dann noch sieh ich ihn nicht mal auf der Minimap. Ich seh dich inzwischen manchmal, wenn's günstig liegt. Wenn die Drehung der Map günstig liegt. Wenn die Sterne muss nicht stehen. Das gibt mir keinen ganzen anderen Team vor. Oh, ich kann wieder Exit sehen. Und zum Glück sind wir in einem Team, Benek. Was ist Benek, du bitte? Zum Glück sind wir in einem Team. Kann ich trotzdem abschießen, wenn du es nicht hast? Ja, mach mal Benek. Wenn wir ihn drin sind, dann müssen wir uns aber nicht weiter beruhigen. Lass Peter bloß in Ruhe, Benek. Sonst was? Dann lass ich Peter halt in Ruhe. Naja, okay. Wir müssen aufrückkommen. Gut, Peter kommt weg. Aber einfach neben der Straße, Exit. Mach Peter. Ja, die haben sich einen komischen gelben Fahnen aufgehängt. Die lassen das nicht. Ja, der muss ja bloß mal kurz zurück auf die Straße fahren. Ich fahre das nicht lang genug. Dass du auf Geschwindigkeit kommst. Wo sind wir denn aktuell? Bei den Reifen? 60 Prozent. Au. Strecke. Achso. 28 Prozent. Reifen waren so 45 oder sowas. 30. 31. Aber ich fahre auch momentan nicht mal mehr 200 oder so. 47,5 auf der Hinterachse. 26 bei 51. Gerade mal 30. Und vor der Achse 46,3. 44 all-around. Könnt ihr jetzt hier auch einfach die mittlere Straße hochballern? Könntest du machen, ja. Wird noch nicht zählen. Ja, leider. Ich seh dort ein rotes Bubble. Ich seh dort ein rotes Bubble. Ja, meine ich doch. Dann sollte René doch rankommen, oder? Ich weiß es nicht, also... Ja, jetzt im Moment in die Herpens drin, sehe ich ihn auf der Minimap, aber... Wer hat noch 40 Prozent ran und die werde ich kämpfen. Also ich sag mal so, ich war ja hinter dir und... Ich hab dich schon mal weniger gesehen. Du siehst ja nach vorne, wenn du gerade ausfallst... Ausfall über die große Brücke. 55,4 auf der Hinterachse. Der wird 42 vorne. Weißt du, wir warten vorm Ziel, oder was? Ich glaube, es gibt hier im Minimum zwei Leute, die DNF sind. Naja, ich glaube nicht nur zwei. Weil der Exit schon wie die Brücke ist. 77 Prozent Strecke. Boah, ich bin bei 62. Ich bin bei 64. Wie alt bist du, Penny? 70. Das Ziel nicht auf dem Minimap. Ja, ich weiß, dass du recht fast sehr dicht hinter mir bist. Ich hab bloß die Prozente aus, deshalb weiß ich nicht wie weit ich bin. Exit, pass auf. Vorne an der Rechtskurve. Ja, danke für die Brücke. Jetzt über die Brücke. Wuhuuu. Wie viel hast du Topspeed Panic? 300. Nice, ich auch. 306. Guck mal nach hinten, Metzo. Ich würd sagen, es wird weniger. Noch seh ich nicht. Wie schnell fährst du noch, hast du gesagt? Nicht mehr 200? Doch. Die ganzen 300 kriegt er noch drauf. Na, geht ab, geht nicht mehr. Na klar. Der 20 Prozent reicht nicht mehr. Aber zumindest krieg ich jetzt auf der Flugportage jede Kurve Vollgas. Mit 115, ne? Genau. Guck mal hinter dem Metzo. Du musst nicht mehr auf die Mini mehr gucken, du kannst einen Spiegel benutzen. 66,3 auf der Hinterachse. Ja, wenn ich jetzt in der Innenansicht fahren würde, dann könnte ich einen Spiegel benutzen. Das ist richtig. Und dann würdest du mich jetzt sehen. Stimmt. Ne, stimmt. Scheiße. 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 Aaaaah. Metzo. 93. Entschuldigung. Oh di Gott, ich will es nicht vergleifen. Die ganze Arbeit für nix, oder wie? Ja. Aber ich bin E-DNF, ich warte auf dich. Einfach mal zusammen ins Ziel. Ne, ne, fahr ruhig, fahr ruhig, ich hol dich nochmal. Ja? Ja. Ich glaube nicht. Also warten wir vorm Ziel. Achso. Wieso, wie weit seid ihr denn schon? 95. Ja, ich steh mal vorm Ziel. Okay. Da hätte ich Metzo nicht mehr geholt, wenn Metzo... ...nicht gewartet hätte. Da holst du mich ja eh wieder, oder? Ja. Also ich bin beim Metzo, ihr könnt. Ne, ne. Also, mir egal. Okay, also warten. Also wir haben noch 19% vorn. Ne, nicht vorn. Mach, was da wollen. Ich habe jetzt 73,9 und 74,1 auf der Achse. Und vor der Achse 72,6 und 72,9. In 50 waren 48. Und 0 Motor. Ja, 0 Motor. 7,1 Lenkung und Rest 0 auf der rechten Seite. Ne, ich habe alles 0. Ne, ich hatte auch schon ein paar Ditscher an der Wand. 65 Motor. 70 Reifen, ja. 70, okay. Ich bin auf 60. Ich zieh dich inzwischen. Also nicht nur auf der Ebze, sondern... Aber Letten, du bist doch noch mal rangekommen am Ende, ne? Ja, ja, ich hab dich... War... Hast du hinter der Achse? Ne, ich wollte eigentlich auf dich warten. Oh, Inaktivität. Ja, du musst dann irgendwie gerade bewegen. Ja, Exit, bau mal auf und dann bewegt das. Exit... Äh, Beta ist glaube ich 15% mehr oder woher hätte ich die für. Ja, vielleicht. Ja, komm, ich habe jetzt schon ziemlich aufgeholt. Aber ich muss mich sogar im Spenden ganz schön enttäuscht, Madboy. Was ist denn das hier? Weißt du was? Der fährt die beste Karre mit dem höchsten Li und ist Platz 7. Und ist eigentlich Straße. Ja, ich habe mich aber gegen den Baum gesetzt am Anfang. Ja, es liegt am Paar. Kann ja eh da kommen. Kann ja eh da kommen. Noch mal 5 Minuten auf den Kuppeln. Der war jetzt gerade hier, weil ich... 91. 92. Aber 550 zu 700? Wir kommen näher. Oh. Irgendwann. Das war jetzt ja... Das war ja aber diesmal nicht. Nee, das warst du nicht, aber ich habe 92 Motto jetzt danach. Das ist ja erst Perücke, oder? Ja. Ach, das ist erst Perücke, Alter. Die Scheiße! Da bist du nicht denn die. Ja, okay. Ich dachte, das ist wenigstens... Ja, okay. Ich habe noch 280 PS. Immer noch. Dann kommt ein roter Punkt noch. Ich sehe ein roter Punkt, ja. Ja. Ich sehe auch ein roter Punkt, ja. Also von mir aus könnt ihr da reinfahren. Nein, das Leiden bis zum Ende. Du bist schuld. Ahhhh. Oh, da kommt der blaue Punkt. Ja, ich habe auch gesehen. Nee, der ist jetzt gerade wieder verschwunden und zurückgesetzt. Jetzt kommt wieder der blaue Punkt. Der wurde zurückgesetzt. Bestimmt nicht irgendein Checkpoint verpasst. Nein. Nein, nicht du. Der andere blaue Punkt. Der blaue Punkt. Ja, der ist ganz hinten da. Ich habe auch noch einen roter Punkt. Was macht der denn da? Wenn du überhaupt nicht vorwärts? Er hat halt ein bisschen Mut noch daran, der blaue Punkt. Ja. Soll ich auf dich warten und dich anschieben oder nicht? Ja, der fährt noch nicht mal mit 200 der Wagen. Oh nein. Ja, los, schieb mich mal an. Das ist eine gute Idee. Nee, nee, nee. Der soll schön selber fahren. Ja, ja, genau. Lass uns selber leiden. Komm her zu uns, Mezzo. Mezzo, zurück. Mezzo, hierher, bei Fuß. Ich warte jetzt einfach. Liebes Mezzo. Na komm. Also in der Linkskurve muss ich noch nicht mal lenken. Sonst schlackert der weg. Wir hören trotzdem nicht deinen Eintelektäter. Maaannnnnnnnn. Aber du siehst die Flammen, oder? Ja, Flammen ja. Haha, vollett nie. Gebühren verteidigt Ja Damit würde ich sagen Geht diese Reelspin-Folge auch zu Ende Ich hoffe sie hat euch gefallen Wenn ja, guckt auf jeden Fall Nee, gar nicht Guckt auf jeden Fall in die anderen Sichten, egal ob es euch gefallen hat Oder nicht Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like geben Nein, aber ich gehe mal von aus Dass es euch gefallen hat, sonst hättet ihr nicht bis hierhin geguckt Von daher sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal Tschüss Ciao Tschüss